Und was machst du jetzt, als du wieder zurück bist? Was ist dein Plan für deine Zukunft? Zuerst will ich den Führerski machen und wenn ich ihn endlich habe, fange ich im Sommer eine Kunstschule zu nennen und dann auch. Ich weiß noch nicht, was die Zukunft für mich bringt.